Hallo liebe Smart Homies und Lebenssteuerer. Ja, in der Uni-Version von Home Assistant gibt es was richtig Geiles, denn ihr könnt jetzt ein NFS- oder ZIFS-Laufwerk von zum Beispiel eurem NAS oder irgendeinem File-Server bei euch zu Hause direkt mit Home Assistant verbinden und das Ganze direkt als Backup-Laufwerk festlegen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch heute in diesem Video. Hi, ich bin Thomas und auf meinem Kanal findest du jede Woche spannende Videos zum Thema Hausautomatisierung, Smart Home, Home Assistant und Sprachsteuerung. So, ihr seht jetzt hier, mein Asus-Store NAS ist natürlich in jedem NAS-System ein wenig unterschiedlich. Ich zeige es euch hier jetzt anhand des Beispiels. Wird bei euch relativ ähnlich sein, aber müsst ihr natürlich schauen, wie ihr einen... Also ich mache es über eine NFS-Freigabe und das zeige ich euch jetzt einfach mal. ZIFS-Verzeichnis könnte ich auch anlegen, aber NFS ist meistens so das, was man verwendet. Und deswegen gehen wir jetzt hier auf Zugangsrechte bei dem Laufwerk Backup und hier habt ihr NFS-Privilegien. Diese NFS-Privilegien wähle ich aus und ihr seht schon hier, die zwei ausgeblendeten sind schon zwei, die ich hinzugefügt habe. Und da sage ich jetzt hinzufügen, trage hier die IP-Adresse von meinem Home Assistant-System ein. Und hier unten in dem ausgeblendeten Bereich wird euch auch angezeigt, wie diese Adresse auszusehen hat. Tragt ihr ein, gehe auf OK und das Ganze wurde hier hinzugefügt. Und darüber könnt ihr dann quasi auf eurem Home Assistant-System das Laufwerk einrichten. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt rüber zu Home Assistant. Hier meine Testinstanz, auf der ich eben das neueste System schon installiert habe. Wenn ihr, also ihr braucht jetzt nicht, um sofort eure Backups machen zu können, das sofort installieren. Schaut euch am besten mal mein Update-Strategie-Video an. Also ich würde niemals empfehlen, auf dem produktiven System die Nuller-Version zu installieren. Deswegen, ich habe das hier auf meinem Testsystem gemacht, auf dem produktiven, warte ich noch bis Ende des Monats. Aber um das Netzlaufwerk zu verbinden, gehen wir auf Einstellungen und auf System. Und hier habt ihr Speicher. Unterhalb von Speicher gibt es jetzt eben den neuen Punkt, der nennt sich Netzwerkspeicher. Hier sagt ihr Netzwerkspeicher hinzufügen. Den nennen wir jetzt mal Backup. Hier gibt es die Punkte Backup, Medien und Freigeben. Freigeben ist noch nicht klar definiert, wofür das da ist. Backup ist ganz klar für eure Backups oder eben als Medienlaufwerk. Also auch da könnt ihr euch eins freigeben, wo ihr zukünftig einfacher, ohne sie auf euren Raspberry oder was auch immer zu schieben, auf Medien zugreifen könnt quasi. Und dann könnt ihr hier natürlich, also wir nehmen jetzt mal Backup, weil wir es natürlich fürs Backup nehmen wollen. Dann gebt ihr die Serveradresse ein. Und hier wählt ihr eben aus, ob es ein ZIFs- oder NFS-Share ist. Wenn es ein NFS-Share ist, müsst ihr den Freigabe-Pfad eingeben. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück, denn, das habe ich euch vorhin nicht gezeigt, hier unten zum Einbinden des Pfades. Seht ihr hier genau, wie das Ganze ausschauen muss. Es muss Volume 1 Backup sein. Den kopieren wir uns gleich mal kurz hier raus. Gehen wieder zurück und kopieren das Ganze hier einfach rein. Und damit haben wir alle Einstellungen gemacht, die gemacht werden sollen. Klicken hier auf Verbinden. Dann dauert es einen kurzen Moment und dann wird das Netzlaufwerk für euch verbunden. Genau, und jetzt seht ihr hier schon, wir haben ein Backup-Laufwerk auf dieser Adresse Volume 1 Backup. Da liegt jetzt quasi mein Backup und wenn ich jetzt auf Einstellungen, System und auf Backups gehe und hier rechts oben sage Standard Backup Speicherort ändern, auswähle, dann seht ihr auf einmal hier in diesen Ordner Systemen gibt es nicht nur den lokalen Datenträger, sondern eben Backup. Und Backup ist auch standardmäßig jetzt schon ausgewählt. Also wenn ihr beim Verbinden des Shares quasi Backup angebt, dann wird Backup auch direkt als erster Speicherort für eure Backups gewählt. Und ab jetzt werden alle Backups, die hier erstellt werden, automatisch und ohne, dass ihr irgendwas dafür tun müsst, auf eurem NAS gespeichert und nicht mehr lokal auf zum Beispiel eurem Raspberry. Was sowohl, wenn ihr eine SD-Karte als auch wenn ihr eine SSD verwendet, eine super Sache ist, denn alle Backups, die erstellt werden, werden nicht mehr verwendet, um die Lese-Schreibzyklen eures Datenträgers, was auch immer es für einer ist, aufzubrauchen, sondern werden quasi direkt auf eurem NAS-System oder File-Server-System abgespeichert und damit verlängert ihr natürlich sowohl SD als auch SSD die Lebensdauer, weil die Schreib-Lese-Zyklen nicht so aufgebraucht werden durch die Backups. Als nächstes brauchen wir dann natürlich eine Automation, die automatisch das Ganze, sagen wir mal jeden Sonntag um 12 Uhr oder wie auch immer, machen wir gleich ausführt. Und dafür, um das Ganze zu machen, gehen wir auf Einstellungen, Geräte und Dienste und gehen hier auf Helfer, erstellen einen Helfer vom Typ Zeitplan. Und hier sagen wir von mir aus Sonntagnacht um 2 Uhr soll das Ganze starten. Dann haben wir jetzt hier quasi festgelegt, wann wir nennen den noch Backup-Zeit zum Beispiel, erstellen den und haben wir jetzt den Backup-Zeit als Zeithelfer. Dann gehen wir auf Einstellungen, Automatisierungen und erstellen eine neue Automatisierung. Als Auslöser sagen wir hier, wenn der Zustand von Backup-Zeit auf An sich ändert, also das passiert eben immer morgens um 2 Uhr am Sonntag, dann soll eine Aktion ausgeführt werden. Hier nehmen wir den Dienst, create a full backup und hier könnt ihr jetzt entweder einen Namen vergeben, muss jetzt aber nicht mal unbedingt sein, denn hier wird quasi current date and time immer als Name verwendet, also aktuelles Datum und Uhrzeit. Deswegen ist es eigentlich ganz praktisch, als jetzt einen bestimmten Namen zu vergeben, sondern hier habt ihr dann als Namen immer Datum und Uhrzeit und somit könnt ihr dann auch unterscheiden, welches Backup von wann ist. Auch Location standardmäßig schon in dieser Backup-Store hier eben ausgewählt, den wir vorhin erstellt haben, also von dem her komprimiert oder nicht, könnt ihr euch überlegen, ob ihr es komprimiert haben möchtet oder nicht. Standardmäßig ist komprimiert, würde ich tatsächlich auch so verwenden, weil das auch direkt so wieder eingespielt werden kann. Von dem her gehen wir auf Speichern, nennen das Ganze Auto Backup, speichern das Ganze ab, die Automatisierung ist erstellt und somit wird automatisch jeden Sonntag ein Backup von eurem, ein Full Backup von eurem System auf eurem NAS oder Netzwerk Server, wie auch immer, gespeichert und ihr braucht euch Backup mäßig tatsächlich um nichts mehr kümmern. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr gerne ein Like da, wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, wie immer sehr gerne unten in den Kommentaren. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir mehr verpassen möchtet, dann denkt doch einfach mal drüber nach, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.